Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es ist soweit, wir haben wieder neue Waffenbestechungen. Und zwar gibt es wieder so ein Dreierpaket, mit dabei eben dann eine Bestechung für eine Fernkampfwaffe, eine für eine Nahkampfwaffe und außerdem 10 seltene Vorratslieferungen. Die ganze Sache kann man sich in den nächsten zwei Tagen und 23 Stunden kaufen für 2500 Call of Duty Punkte, was ich nicht empfehlen würde. Oder man geht hier auf Aufträge und aktiviert diesen Auftrag, den es hier außerdem gibt. Den kann man auch nur in den nächsten zwei Tagen und 23 Stunden aktivieren. Wenn der allerdings dann mal aktiviert ist, dann gibt es diesen Auftrag hier die ganze Zeit. Ihr müsst also nicht jetzt in den nächsten drei Tagen das komplett durchstressen. So war das auf jeden Fall das letzte Mal. Das heißt, ihr habt dann so viel Zeit, wie ihr wollt, für 100 Siege, die ihr machen müsst. Und wenn ihr diese 100 Siege gemacht habt, dann bekommt ihr eben dieses Paket bestehend aus diesen drei Items. Ich finde das ziemlich cool. Diese Waffenbestechungen sind irgendwie so die einzige Möglichkeit, wo man wirklich sagen kann, ey, eine Waffe, die ich vielleicht gerne noch haben will, die kann ich dadurch bekommen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Bei mir persönlich ist es so, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Waffen habe, die ich noch ziehen will. Die Peacekeeper habe ich immer noch nicht. Die würde ich auf jeden Fall gerne haben. Die LV-8 jetzt nicht unbedingt. Und die Galil auf jeden Fall schon recht gerne. Und bei den SMGs würde ich auf jeden Fall die AKU gerne haben. Nicht unbedingt hier die Nagelpistole. Die AKU wäre auf jeden Fall ganz cool. Und ja, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht ziehe ich ja mit dieser Bestechung dann eine Waffe, die ich auch wirklich gerne haben will. Auf dem PC gibt es dann außerdem noch eine coole Playliste, in der es Double Cryptos gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch auf der Konsole vorhanden ist. Gerne mal nachschauen. Gerne in die Kommentare schreiben. Und hier ist mit dabei Nuketown und Skychecked. Und eben Double Crypto. Ich hoffe, dass hier die ganzen Schwitzer sind, dass ich gemütlich TDM spielen kann. Wir werden das auf jeden Fall sehen. Und ja, seid ihr mit am Start bei dieser Challenge? Oder sagt ihr, ey, ich habe genug von Black Ops 3. Auch für irgendwie Waffenbestechungen tue ich mir das nicht mehr an. Würde mich interessieren, lasst den Kommentar da. Und ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich wollte euch einfach kurz informieren. Wir streamen außerdem heute um 20 Uhr. Schaltet da auf jeden Fall rein. Link in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Macht's gut.